Ihr Lieben alle, jetzt, wo sich der November auch wirklich von seiner kühlen und raueren Seite zeigt, ist es geradezu perfekt, dass wir jetzt mit Akbal, der blauen Nachtwelle, die Kraft der Stille und Intuition einmal mehr aktiviert, erinnert und spürbar bekommen. Das Ruhen bringt uns in stille Übereinstimmung mit uns selbst. Wir lauschen auf unser Leben ganz tief da drinnen. Zwei Zeilen, die von Druckbarinpost stammen und die genau diese Einladung zur Ruhe und Stille einmal mehr hoffentlich auch in dir anschwingen. Auf diese Weise kann sich deine Wahrnehmung einmal mehr vertiefen und du bist wirklich auch eingeladen in dieser Zeit, die gerade auch der Aktivierung der Zirbeldrüse sehr dienlich ist, dich einmal mehr vertiefend auch in die Stille zu begeben, auch in die Dunkelheit zu begeben und wirklich da zu sitzen und dich der Meditation hinzugeben mit so wenig Einwirkungen aus dem Außen und einmal mehr in Kontakt mit dem, was in deinem Inneren ist. Es ist übrigens auch eine Zeit, wo sehr viele Träume sich zeigen können, die du verarbeitest. Möglicherweise ist es da empfehlenswert, auch ein Blatt Papier und einen Stift gleich neben dem Nachttisch zu haben oder am Nachttisch. Ich selbst habe ja mein Morgenseitenheft immer liegen und arbeite meistens dann gleich im Anschluss oder nach dem Aufwachen mit den Träumen, die sich mir zeigen, weil nicht nur zu Akbar ist es so, dass Träume sich zeigen können, aber die blaue Nachtwelle ist jedenfalls eine, die sehr stark eben auch einladet, in diese intuitive Aufarbeitung hineinzugehen. Und genau dieses In-Dich-Gehen ist da sehr zentral. Es ist so dieses Aufhören mit dem Suchen im Außen hin zu einem Finden in dir. Akbar ist so der Ort des heiligen Mysteriums und der Finsternis, dem alles Licht entgegenspringt und wo sich einfach auch eine Fülle an Möglichkeiten zeigt, die er offenbart. Und Akbals Energie ist einfach auch so einmal mehr unterstützend, dass du in die Stille finden kannst. Und möglicherweise ist es auch in dieser Zeit so, dass du wahrnimmst, dass du dich mehr auch zurückziehen magst, mehr alleine sein magst, so in deine Höhle dich verkriechen magst. Und da sei auch nicht irgendwie zu streng mit dir selber und nimm dir jetzt nicht vor, was du jetzt alles neu starten wirst und alles tun wirst, welches Sportprogramm du jetzt angehst. Und es geht wirklich um diese Stille. Und es ist auch so, dass einerseits sich die Träume in der Nacht für dich zeigen, um dir Anleitung zu geben, was es vielleicht auch braucht in deinem Leben. Und da kann es auch hilfreich sein, das vielleicht auch ein Stück weit zu entschlüsseln, sei es, dass irgendetwas auftaucht, wo du dich fragst, was ist das. Meistens kann man auch über Google schon sehr viel finden. Ich arbeite oft auch im Einzelsetting mit Träumen bei Menschen, wo einfach auch sozusagen in diesen Andocken an die Körperweisheit sich auch zeigt, dann noch einmal, warum sich gewisse, wofür diese Dinge dann auch stehen oder wofür diese Menschen stehen oder für welche Anteile in dir das jeweils steht. Und diese Träume sind nicht nur in der Nacht jene, zu denen ich dich einlade, nein, ich lade dich auch ein, in prachtvolle Wunsch-Zukunftsträume hineinzugehen, wirklich auch untertags dich dem hinzugeben, dir vorzustellen, was in deinem Leben noch alles sein wird und da wirklich auch so schon dich intuitiv leiten zu lassen von dem, was eben auch möglich ist. Ich habe es schon einmal auch in einem Audio gesagt und sage es immer wieder gerne, wenn da eine Wahrnehmung ist, was sich in deinem Leben auch zeigen darf und so ein Wunsch, dann ist das schon der erste Schritt in Richtung Realisierung, denn du kannst dir nichts wünschen, was nicht da ist und was nicht auch bereit wäre, für dich in deinem Leben sich dir zu zeigen. Und dieses Wachstumspotenzial, das du in der Stille eben auch findest, wird dich mutig machen, auch hinauszugehen, um etwaige Schritte zu tanzen in deinem Leben, die dafür auch notwendig sind. Denn das eine ist, dass das Leben einen Plan hat und dir Möglichkeiten einräumt und du dem nicht entweichen kannst. Und das andere ist, dass du durchaus eben auch in deiner Selbstwirksamkeit aktiv sein darfst und deine Schritte dazu tun darfst und beitragen darfst. Denn du hast Gaben und Talente und Fähigkeiten in dir angelegt und es gibt einen Grund, dass es dich gibt und das darfst du einmal mehr auch anerkennen. Es ist wirklich das so, wie Edelsteine in deinem Herzen warten. Und wenn du in diesen heiligen Raum der Ruhe gehst, dich zur Meditation hinsetzt, kannst du auch so vertrauensvoll dich in dieses Unbekannte hineinlassen. Wir haben oft irgendwie in unserem Heranwachsen eine Angst gegen Dunkelheit entwickelt und aus meiner Sicht ist das fast ein bisschen wie eine Agenda, dass man Menschen irgendwie abhalten möchte, in die Dunkelheit zu gehen. So auch wie der Wald, der dann so gefährlich ist, wenn man alleine drinnen ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die Dinge, die einem wirklich gut tun, einem ein Stück weit irgendwie abtrainiert worden sind und wir dann viele projizierte Ängste in uns tragen, die da irgendwie uns davon abhalten. Deswegen, vielleicht hilft dir dieses Zitat von Kali Gibran, Wenn euch Dunkelheit umhüllt, sagt, Die Dunkelheit ist nur eine Morgendämmerung, die darauf wartet, geboren zu werden. Und selbst wenn die Qualen der Nacht auf mir lasten, der Morgen wird geboren, in mir wie auf den Hügeln. Und das Licht findet sich. Ja, weil natürlich auch Portal-Tage eine gewisse Zeitqualität in sich tragen, die es vielleicht ein bisschen eng werden lassen. Vielleicht magst du dir genau für diese drei kommenden Portal-Tage in der Akbalwelle, die bis zum 29. November geht, in deinem Kalender notieren und dich ganz bewusst an diesem Tag, vielleicht auch schon am Morgen mit einem mit dir sein verbinden, mit einer stillen Minute ganz in dir anzukommen und dich bereit zu machen, was der Tag jeweils bringt. Und zwar ist es der 18. November, der 23. November und der 26. November. Und unabhängig von den Portal-Tagen sei wirklich eingeladen, in dieser Akbalwelle dir Zeit zu nehmen, dich zurückzuziehen, dich in die Stille zu begeben, den Blick nach innen zu richten, dich durchaus auch so deiner Schattenthemen anzunehmen, mit dem Vertrauen, dass sich das Licht zeigen wird und diese Kraft der Stille wirklich auch als eine Kraft für dich spürbar zu machen. In dir ist eine Intuition angelegt und die darfst du einmal mehr hören, auf die darfst du einmal mehr vertrauen. Du darfst träumen, dich an deine Träume erinnern und den Träumen die Kraft geben, dass sie sich wahrlich auch in deinem Leben zeigen. Und dafür musst du jetzt nichts tun in der Akbalwelle, sondern bist sogar einmal mehr eingeladen, dich wirklich auch zurückzulehnen und zu entspannen, dich in den Traum hinein zu entspannen, zu vertrauen, dass alles sich finden wird. Und in dem Hineingehen, in dich hineinbegeben, ist wirklich so die Möglichkeit, deine Essenz einmal mehr freizulegen und etwaige alte Fesseln wirklich auch zu lösen. Rumi meinte einst, wenn du dir eine Perle wünschst, suche sie nicht in einer Wasserlacke, denn wer Perlen finden will, muss bis zum Grund des Meeres tauchen. Und tauche einmal mehr in dich hinein, nimm dir gerne Papier und Stift zur Hand, stell immer wieder auf Pause und finde Impulse, Anregungen, Antworten in dir, was diese Fragen auch immer in dir anschwingen mögen. Was braucht es, um mir mehr Zeit für Ruhe und Stille einräumen zu können? Wenn ich in mich hineingehe, was will sich mir gerade jetzt offenbaren? Wie kann ich einmal mehr mit meiner Intuition in Kontakt treten? Vertraue ich meiner Intuition? Wie nehme ich Intuition wahr? Weiß ich um den Schatz in meinem Inneren? Bin ich bereit, in das Unbekannte einzutauchen? Welche Träume in mir möchten wiederbelebt werden und realisiert? Wie ist es für mich, Stille zu hören? Wann war das letzte Mal, dass ich einen Moment der Ruhe verbracht habe und einfach gar nichts getan habe? Und genau zu diesem Nichtstun sei wirklich einmal mehr eingeladen und vielleicht motivieren dich die Zeilen von Rainer Maria Rilke, die so viel Wahrheit in sich tragen, nämlich Ich habe mich oft gefragt, ob nicht gerade die Tage, die wir gezwungen sind, müßig zu sein, diejenigen sind, die wir in tiefster Tätigkeit verbringen. Ob nicht unser Handeln selbst, wenn es später kommt, nur der letzte Nachklang einer großen Bewegung ist, die in untätigen Tagen in uns geschieht. Jedenfalls ist es sehr wichtig, mit Vertrauen müßig zu sein und das mit Hingabe und mit Freude. Genau diese Hingabe und Freude wünsche ich dir, dass du dich da selber wirklich auch einladest, in diese tiefe Tätigkeit einzudringen, diese Tätigkeit des inneren Bewegens, mit dem zu sein, was ist. Auch wenn es nach außen so aussieht, als ob gerade nichts passiert, passiert oft gerade sehr, sehr viel und damit hast du sicherlich auch Erfahrung und in Wahrheit hast du diese Möglichkeit, immer mehr auch dir selbst einzuräumen und eben nicht jetzt darauf zu warten, dass du vielleicht einmal krank wirst. Ja, vielleicht kennst du das, wenn man dann krank ist, dann merkt man im Anschluss, dass es gut war, dass gerade nichts möglich war. Und ich sagte, man muss nicht krank werden, es wäre sehr gesund, dir das schon einzuräumen. Und eines meiner Lieblingsaussagen, die ich ganz oft weitergebe, auch wenn ich in der Einzelarbeit sitze, dann, wenn du glaubst, du hast keine Zeit, ist der beste Moment, dir Zeit zu nehmen, vor allem für dich. In dem Sinne, eine wundervolle Innenschauzeit, mit dir, ein dir sehr nahe sein, das wünsche ich dir. Und ja, ich glaube, ich werde auch eine Meditation im Telegram-Kanal dann teilen, weil es einfach dazu einladet. Also für jene, die jetzt da auf YouTube sind, die können gerne in den Telegram-Kanal auch noch sich einklinken. Dort gibt es auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr in Austausch zu sein. Und gleichzeitig freue ich mich über all das, was in dir jetzt angeschwungen ist, was sich für dich gerade so, vielleicht auch schon jetzt offenbart hat, mit mir im Kommentar zu teilen. Und ich wünsche dir einfach einen wundervollen November mit Akbal, der Qualität, die dich bis zum 29. November begleiten wird. Alles Liebe zu dir. Das wünscht Theresia von der Bandense.